Ich wurde von Dämonen angegriffen. Es ist zwei Uhr morgens. Ich bin fertig. Kaum dachte ich das, verstummten die Schmerzen und der Lärm. In einem Augenblick. Dann hörte ich die Stimme. Bist du bereit? Und ich zögerte keinen Moment zu denken. Ja, ich wurde reine Energie in Dunkelheit. Es war Liebe und sie war voller Energie. Ich verstehe, dass mein Schöpfer dort bei mir ist. Bin ich tot? Drei Mönche tauchen aus der Dunkelheit auf und schweben vorbei, lächeln mich an und lachen, als wollten sie sagen, er tut nur. Sie verschwinden wieder in der Dunkelheit. Ich gelange in einen wunderschönen blauen Tunnel, gefüllt mit Einsen, Nullen und Binärcode. Ich nehme sie auf, werfe sie in die Luft und rufe aus. Kein Wunder, dass du das Erschaffen liebst. Dieser Bereich war mit anderen Wesen wie mir gefüllt. In dieser Erfahrung bin ich frei von meinem Ego und es entscheidet, zurückzukommen. Es betrachtet die Schriftrolle als wichtig, sagt, zeig das einem Menschen. So rollte es sich zusammen und ich wurde zurück in meinen Körper geschnappt. In meiner frühen Kindheit, etwa im Alter von zehn Jahren, begann ich paranormale Begegnungen mit Geistern zu erleben. Das Phänomen begann relativ nett mit, ich habe gerade einen Geist gesehen und sie schenkten mir keine Aufmerksamkeit. Sie taten nichts Böses. Ich war nicht verängstigt. Ich dachte nur, weißt du, das war irgendwie interessant. Ich hatte noch nie gehört, dass Menschen in meiner Nähe Geister gesehen oder gehört hätten, also war ich mir nicht sicher, was es war. Ich wusste, dass es ein Geist war, aber ich hatte keine wirklichen Hintergrundinformationen über das, was ich erlebte. Aber wie ich schon sagte, sie haben keinen Schaden angerichtet. Es hat sich jedoch verändert. Es endete damit, dass ich eine alte Generationenpuppe sah, die ihre Augen verloren hatte. Wer weiß, wie viele Jahrzehnte das her war und wir hatten sie in unserem Gästezimmer zusammen mit alten Bildern von alten Verwandten und so. Aber eines Abends gehe ich in dieses Zimmer und diese Puppe, deren Augen rot leuchten, die Augen, die sie nicht mehr hat, dreht sich um und sieht mich an. Und das erschreckte mich zutiefst. Ich wusste ohne Zweifel, was passiert war, dass es keine Halluzination war. Wissen Sie, ich war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich elf oder zwölf Jahre alt und es war absolut erschreckend. Nun danach geschahen weitere erschreckende Ereignisse und eines der interessantesten, vor allem im Rückblick, war dieser Schatten, der unsere Rückwand unten im Keller überquerte. Er hatte einen Zylinder und einen Umhang und es fühlte sich an wie Angst, wie Furcht und es war sehr beängstigend. Einige meiner Freunde sahen das auch und zwar zur gleichen Zeit wie ich. Ich habe es allein gesehen. Was ich damals nicht wusste war, dass meine Schwester und ihre Freunde die gleiche Erscheinung sahen, was wir später herausfanden, weil wir beide meiner Mutter zu verschiedenen Zeiten von diesem Erlebnis erzählten. Und sie erzählte uns später, ich meine etwa ein Jahrzehnt später, dass wir dasselbe gesehen hatten. Und ich hatte erst vor ein paar Jahren Nachforschungen über dieses Ding angestellt, das wir gesehen hatten. Und es ist tatsächlich ein bekanntes dunkles Wesen, das dafür bekannt ist, Kindern in Kellern auf der ganzen Welt zu erscheinen. Das war also eine verrückte Erkenntnis, von der ich erst 20 Jahre später erfuhr. Das waren also einige der größten paranormalen Erfahrungen, die ich in meiner Jugend hatte. Die Schattenfigur ist definitiv im spirituellen Bereich angesiedelt und in diesen Bereichen herrscht auch Dunkelheit. Und diese Reiche sind unserem eigenen sehr nahe. Sie überschneiden und verflechten sich und einige Portale werden geöffnet. Und deshalb verläuft die Kommunikation mit unseren Verstorbenen nicht immer so, wie wir sie uns vorstellen. So wurde das Ouija-Brett ursprünglich erfunden, um mit verstorbenen Angehörigen zu sprechen. Aber wenn man das Portal öffnet, weiß man nicht, was da durchkommt. Und jemand, der in dem Haus vor uns wohnte, spielte tatsächlich mit einem Ouija-Brett und öffnete diese Portale. Und dieses Wesen, das in der dunklen Sphäre gleich hinter unserem lebt, kam hindurch und erschien uns. Es wurde also hereingebeten. Nicht von uns, aber es wurde hereingebeten. Und ich glaube, es findet seinen Weg in die ganze Welt. Aber ich glaube, der Grund dafür, dass es von uns angezogen wurde, war, dass ich auch anfing, Symptome einer seltenen Krankheit zu spüren, die wir erst in acht Jahren diagnostizieren würden. Aber sie senkte meine Energie. Und ich hatte niedrige Energie, niedrige Schwingungen. Ich war unglücklich. Und so haben die dunklen, ich weiß nicht, es ist offensichtlich, aber dunkle Wesenheiten lieben es, sich von diesen dunklen, dichten Energien zu ernähren. Das ist ihre Energiequelle. Ich denke also, dass die Kombination aus der Öffnung des Portals meiner dichten Energie und meiner dunklen Energie ein perfektes Habitat für dieses Wesen war. Ich habe nicht wirklich mit dem Wesen interagiert. Ich wusste, dass es dunkel und unheimlich war. Es erschien viele Male und ich war eine Art Gestaltwandler und spielte meiner Schwester und mir und sogar unseren Freunden Streiche. Ich würde nicht sagen, dass wir uns darauf eingelassen haben, aber es ist auf jeden Fall viele Male in unserem Leben erschienen. Erst als wir aus dem Haus auszogen, hörten wir auf, es zu sehen. Und das war nur zwei oder drei Jahre später, glaube ich. Aber nachdem wir das Haus verlassen hatten, habe ich es nicht mehr gesehen. Als Kind war ich sehr verwirrt. Ich sah diese Wesenheiten, diese Geister. Ich habe auch Auren gesehen. Das ist das Energiefeld um die Menschen herum. Ich konnte die schönen Farben sehen. Ich hatte also auch einige metaphysische Fähigkeiten. Und meine Kirche sagte, dass es diese Dinge nicht gibt. Und ich wurde in einem christlichen Elternhaus erzogen, dass, wenn man von Jesus gerettet wurde, nichts Dunkles einen berühren kann. Das ist also ein Grund, warum ich wahrscheinlich nicht so viel Angst vor diesen Wesenheiten hatte, wie ich hätte haben sollen. Aber ich hatte auch keine Ahnung, wie ich mich vor diesen Wesenheiten schützen konnte. Denn meine Kirche sagte, wenn du durch Jesus Christus gerettet bist, kann dich nichts berühren. Und wissen Sie, ich bin darauf hereingefallen. Und dann erlebte ich als Zehnjähriger diese Symptome, die mit der Zeit immer schlimmer wurden. Und es kamen immer mehr Symptome hinzu. Sie entwickelten sich irgendwie gemeinsam. Und erst mit 18 Jahren wurde bei mir eine Krankheit diagnostiziert. Meine Teenager-Jahre waren also sehr dunkel. Zunächst einmal ist es schon schwer, ein Mädchen in der Pubertät zu sein. Du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nicht, was los ist. Das ist kein Einzelfall, weißt du. Jeder hat mit der Pubertät und der eigenen Identität zu kämpfen. Vor allem in den frühen Jahren der Pubertät. Wenn dann noch eine Krankheit hinzukommt, die die Ärzte nicht erklären können, und diese paranormalen Dinge, von denen die Kirche sagt, dass sie nicht existieren, dann bin ich als Teenager sehr verwirrt und sehr frustriert. Nun, mit 18 bekam ich endlich eine Diagnose und die lautete Myoklonus-Dystonie. Dabei handelt es sich um eine seltene neurologische Bewegungsstörung und sie deckte alles ab. Alle Angstzustände, Depressionen, Zwangsstörungen sowie die körperlichen Symptome wie Muskelsteifheit, Nervenschmerzen, Zittern, Zuckungen. Sie wissen schon, einfach eine Menge Schmerzen. Es deckte alles ab. Es ergab also endlich einen Sinn. Wir dachten, dass die Diagnose Hoffnung und eine Antwort bringen würde. Aber die Krankheit war so selten, dass man nicht wirklich wusste, wie man sie behandeln sollte. Ich hatte also schon als Teenager eine Reihe von Medikamenten genommen, um die Symptome zu lindern, aber nichts halbwirklich. Also war ich in den nächsten acht Jahren auf mich allein gestellt, um die Krankheit zu behandeln. In den nächsten acht Jahren erlebte ich noch mehr metaphysische und paranormale Phänomene. Ich fing an, unfreiwillig Astralreisen zu machen und in diesen Dimensionen zu landen, wo mich diese dunklen Wesenheiten verfolgten. Und dann sah ich sie wieder in meinem Haus. Ich sah Erscheinungen im Spiegel. Und wissen Sie, in meinem Zustand frage ich mich, bin ich verrückt? Was ist da los? Ich hatte immer noch nichts über die metaphysische Seite der Dinge gehört. Ich war immer noch sehr verwirrt, abgesehen von den Filmen, die Hollywood produziert und den Fernsehsendungen, in denen es um Magie und Mystik geht. Und ich dachte, das ist nicht die Realität. Aber trotzdem erlebe ich Dinge, die diesen Shows sehr ähnlich sind. Ich war also immer noch sehr verwirrt. Und ich zog in einen anderen Bundesstaat der USA und dachte, na ja, dieser Zustand wird mich umbringen. Ich werde so oder so sterben. Ich könnte genauso gut versuchen, das Beste aus meinem Leben zu machen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir alternative, ganzheitliche Medikamente ausprobiert, um meine Krankheit zu lindern. Wir versuchten es mit chinesischen Kräutern, Repmassage, Chiropraktik, Achtsamkeit, Hypnose, Beratung. Die Liste der Dinge, die wir ausprobierten, ist ziemlich lang. Jedenfalls bin ich in einen anderen Staat geflüchtet und dachte mir, dass ich dort von alleine sterben würde. Nun, so war es dann auch. Und ich wusste nicht, dass ich das Sterben überleben würde. Als ich meine Nahtoderfahrung hatte, war meine Mutter immer eine große Verfechterin und Forscherin, die immer versuchte, etwas zu finden, weil meine Krankheit selten war und wir einen seltenen Weg finden wollten, damit umzugehen. Also, sie hatte von Menschen gehört, die durch Geistbefreiungstherapie von diesen seltsamen chronischen Krankheiten geheilt wurden, die die Ärzte nicht behandeln konnten. Und was Geistbefreiungstherapie ist, ist, wenn ein Praktizierender, der darauf spezialisiert ist, diese dunklen Entitäten vom menschlichen Körper und der menschlichen Seele zu lösen. Manchmal kommen diese dunklen Entitäten und heften sich an eine Person und sie heften sich entweder an sie, weil sie alt sind. Sie sind ein Geist, eine Person, die verstorben ist, aber sie wollen jemanden finden, durch den sie weiterleben können. Also, wenn sie vor ihrem Tod ein missbräuchlicher Drogenabhängiger waren, manchmal geht dieser Geist nicht über und kommt zurück und heftet sich an jemanden, den sie dann überzeugen können, diese Dinge zu tun. Sie leben stellvertretend durch sie und auch am anderen Ende davon gibt es diese dunklen Entitäten, die einfach aus Dunkelheit geboren werden und sie kommen und heften sich an und ernähren sich von der Angst und dem Chaos, das sie verursachen. Da ich wusste, dass ich diese dunklen Entitäten als Kind gesehen hatte und als Kind geschwächt und krank war, dachten wir, vielleicht hätte ich einige Anhaftungen und vielleicht wäre es die Antwort, es wäre die Heilung. Also fanden wir, meine Mutter fand einen Praktizierenden, der die Arbeit aus der Ferne macht und wir trafen uns über Zoom und besprachen die Behandlung und während des Prozesses, wissen Sie, ich wäre mir nicht unbedingt bewusst, was vor sich geht, aber ich könnte körperlich krank werden während des Prozesses, weil es eine Sache der Energie ist und wenn Ihre Energie durcheinander gerät, können Sie krank werden. Also verstand ich, sagte, okay, nun lassen Sie uns das versuchen und wir begannen und ich hatte ziemlich viele Entitäten an mir und sie waren dunkel und stark und mächtig und so arbeitet diese Frau fleißig daran, sie freizugeben und zu lösen. Nun, während sie das tut, werde ich immer kränker und kränker und wir gehen in Woche 1 und ich bekomme wirklich grippeähnliche Symptome, Übelkeit und Erbrechen und andere Sachen, die Sie ans Badezimmer fesseln. Und dann kommt Woche 2 und ich werde kränker und ich sehe keine Erleichterung und ich werde wirklich, wirklich krank. Und wir baten, sie aufzuhören und uns unbekannt zu der Zeit. Wir wussten nicht, sie wusste nicht. Ich denke, sie war wirklich leidenschaftlich daran interessiert, mir zu helfen und sie verstand nicht, wie krank ich wirklich war. Also werden diese Dinge wütend und sie sind nicht glücklich. Sie wollen nicht gehen. Ich werde körperlich krank. Sie steigern sich. Sie werden körperlich und psychisch quälend. Und gegen Ende weiß meine Mutter, dass ich in Schwierigkeiten bin und sie und mein Vater nahmen einen Flug, um herunterzufliegen. Und wir sind am Telefon im Gebet für 279 Stunden davor. Wissen Sie, ich kämpfe und ich kämpfe und Sie wissen, das Einzige, was mich durchbringt, ist das Gebet. Aber am 27. April, an diesem Morgen 2017, war ich am Telefon mit meiner Mutter und ich sagte ihr, ich muss auflegen und etwas Schlaf bekommen, weil ich wusste, dass sie Schlaf brauchte. Ich wusste, ich konnte nicht. Mein Vater hatte tatsächlich von Gott gehört, dass ich unter einem dämonischen Angriff stand und er sagte, Gott spricht nie mit mir, aber er sagte, Bri ist in Schwierigkeiten. Also wissen Sie, Sie können nicht eher zu mir kommen und ich bin erschöpft von allem. Also lege ich auf, es ist zwei Uhr morgens und ich kann nicht mehr. Und das ist es, was ich, ich rief aus und ich rief diesen Gott an und ich war mir nicht einmal sicher, wer dieser Gott war, weil der Gott, über den ich in der Bibel gelehrt wurde, nicht zu meinem Leben passte. Und ich hatte vorher zu Gott gerufen, dieses Mal war es anders. Dieses Mal war es mir egal, wer Gott war und es war mir egal, was passierte. Ich sagte nur, ich kann das nicht mehr. Und ich meinte das mit allem, nicht nur mit meinem Herzen, nicht nur mit meinem Verstand, sondern aus dem Wesen meiner Seele. Ich sagte, das liegt in ihren Händen. Und genau so, sobald ich das dachte und aufgab, kam Gelassenheit und Frieden über mich. Also wurden die Stimmen von dem, was wie hundert Stadien klang, zum Schweigen gebracht. Das Gewicht von hundert Felsbrocken wurde von mir genommen. Die Peitschen hatten ebenfalls aufgehört. Sie hörten auf. Also all dieser Schmerz, all dieser Lärm, all diese Angst wurde in einem Augenblick zum Schweigen gebracht. Und ich fühlte Frieden und Gelassenheit zum ersten Mal in meinem Leben, wie es sich anfühlte. Und ich bin einfach, ich bin einfach dankbar. Ich bin einfach aufgeregt. Und ich fühle ein Klopfen auf den Handflächen und meinen Füßen. Und dann höre ich diese Stimme, bist du bereit? Und diese Stimme ist ätherisch. Es ist, ich weiß nicht, ob sie extern oder intern ist, aber sie ist maskulin. Und ich zögerte keinen Moment zu denken, wofür ich bereit war oder worauf ich antwortete. Und ich sagte einfach, ja. Und sobald ich ja dachte, wurde ich von meinem Körper getrennt und ich endete körperlos. Nur Energie in völliger Dunkelheit, aber es war nicht dunkel. Es war nicht beängstigend. Es war Liebe und es war voller Energie. Also obwohl ich nichts sehen oder physisch fühlen konnte, konnte ich die Energie spüren und ich konnte die Liebe spüren. Und ich, ich verstehe, dass mein Schöpfer dort bei mir ist. Und ich bin mit, ich bin mit ihm und wir sind eins. Und es ist schön und es ist liebevoll und es ist einfach sehr friedlich. Und dann weiß ich nicht, warum ich diesen Gedanken hatte. Denn ich war mir der menschlichen Form von Bri nicht wirklich bewusst. Und ich war mir der Erde nicht bewusst. Aber ich war mir genug bewusst, um zu fragen, bin ich tot? Und drei Mönche erscheinen aus der Dunkelheit und schweben mit übereinander geschlagenen Beinen und lächeln vorbei. Sie lächeln mich an, lachen, als ob sie sagen wollten, wenn du, wenn du nur wüsstest. Nun, sechs Jahre später würde ich endlich herausfinden, dass das bedeutete, sie lachten, weil es so etwas wie den Tod nicht gibt. Es gibt keinen Tod. Es ist nur ein Übergang der Energie. Also lachten sie mich an, weil die Frage, die Frage lächerlich war. Bin ich tot? Nun, man kann nicht tot sein, wenn es so etwas wie den Tod nicht gibt. Also verschwanden sie zurück in die Dunkelheit. Und ich landete in diesem wunderschönen, hellblauen, hellen Tunnel. Und um mich herum ist, ich durchquere ihn. Er zieht an mir vorbei, gefüllt mit Einsen und Nullen und Binärcode. Und er geht so schnell. Es ist, ich bin überrascht, dass ich überhaupt die Zahlen sehen konnte. Und ich weiß, dass ich in diesem Tunnel mit Informationen heruntergeladen werde. Und diese Informationen sind wichtig. Ich weiß nicht, was die Informationen sind, aber ich wusste, dass sie wichtig waren. Und ich würde wissen, was es war, wenn ich es brauchte. Und dann lande ich in diesem weißen Bereich. Und es ist einfach alles weiß, außer einem Haufen riesiger schwarzer Zahlen vor mir. Und in diesem Bereich hatte ich einen menschenähnlichen Körper. Und ich spüre die Präsenz hinter mir. Und sie ist mächtig. Und ich kenne ihn als einen Meisterlehrer oder aufgestiegenen Lehrer. Und ich weiß nicht, ich kann ihm keinen spezifischen Namen geben. Aber er könnte jeder sein von Jesus, Muhammad, Buddha, Krishna. Ich meine, es gibt so viele aufgestiegene Meister, die ich das Gefühl habe, dass sie einfach diese Essenz verkörpern. Und vor mir die Zahlen, ich, ich nehme sie auf und werfe sie in die Luft. Und rufe aus, Kostja, kein Wunder, dass du das Erschaffen liebst. Denn ich erkenne, dass die Erde erschaffen ist. Und das Universum in Mathematik erschaffen ist. Und wissen Sie, ich spreche mit diesem aufgestiegenen Lehrer. Und obwohl ich ihn nicht sehe, er ist hinter mir. Und wissen Sie, das ist es, mit wem ich spreche. Ich spreche mit ihm und dem Schöpfer wie, kein Wunder, dass es so viel Spaß macht, was lustig ist. Weil ich Mathematik nicht wirklich spaßig finde. Also war es irgendwie ironisch. Aber dann lande ich an einem anderen Ort in meiner Erfahrung. Und das ist der Teil meiner Erfahrung, der wahrscheinlich am längsten dauerte. Also gibt es keine Zeit. Oder wissen Sie, so etwas wie Zeit gibt es nicht. Also hasse ich es zu sagen, dass ich die meiste Zeit in meiner Erfahrung verbracht habe. Aber es fühlte sich an, als wäre am meisten in diesem Bereich passiert. Und dieser Bereich war gefüllt mit anderen Wesen, anderen Wesen wie mir. Ich nenne sie Bohnen. Denn ich weiß nicht, ob sie jemals menschlich waren. Ich weiß nicht, ob sie außerirdisch waren. Ich weiß nicht, ob sie jemals irgendwo inkarniert waren. Ich wusste nur, dass sie andere Seelen an diesem Ort waren. Und es hat so viel Spaß gemacht an diesem Ort. Meine Gedanken wurden Realität, sobald sie passierten. So sehr wie damals, als ich ja auf die Stimme antwortete, die fragte, ob ich bereit sei und ich sofort aus meinem Körper war, passierten Dinge wie diese. Also der erste Vorfall ist, ich stehe dort in einer Art. Es erinnerte irgendwie an die Erde. Es ist irgendwie stadtähnlich. Und zur Seite der Stadt sehe ich diese riesigen Bäume. Sie sind mit Schnee bedeckt. Ich habe nur, ich denke, ich mag keinen Schnee. Sofort wurden sie zu üppigen, grün-moosbedeckten Bäumen. Und ich rutsche an ihnen hinunter. Und diese anderen Wesen rutschen neben mir an den Bäumen hinunter. Und ich denke, wissen Sie, wenn ich keinen Schnee mag und er zu Moos wurde, was ist, wenn sie Schnee mögen und sie tatsächlich Schnee erleben, während ich zur gleichen Zeit anders zusammen Moos erlebe? Das war nur ein neugieriger Gedanke, den ich hatte und nur zurückgekehrt zu unserer 3D-Erde, dass Dinge wie diese nicht passieren. Oder tun Sie das? Habe ich mehr darüber nachgedacht. Es war nur irgendwie sehr cool. Also lande ich auch in einer Art Lebensmittelgeschäft aussehenden Ort. und wir räumen die Regale ein und niemand sagt etwas. Und wir wissen einfach alle unseren Platz. Und wir bewegen uns einfach und wir kommunizieren nicht, aber wir arbeiten zusammen, ohne etwas zu sagen. Und dann im Hintergrund des Ladens oder vorne verwandelt es sich in eine Bühne. Und wir alle enden zusammen tanzend auf der Bühne, als hätten wir das von Lenny choreografiert. Ich wusste nicht, wer diese anderen Wesen waren. Wir haben nie ein Wort gesagt, aber wir alle bewegten uns als eins. Und es war wunderschön. Ein weiterer Vorfall, der eine weitere Gedankenschöpfung war, war, dass Wesen an dieser Maschine arbeiteten, die an der Spitze eine riesige Flamme hatte. Und ironischerweise war ich zu diesem Zeitpunkt ein Schneemann. Und ich denke, nun was passiert, wenn ich dieser Flamme zu nahe komme? Werde ich schmelzen? Nun sofort passierten Gedanken. Und ich wurde dort und schmolz und ein Blütenblatt aus Augäpfeln. Noch einmal hatte ich den Gedanken, nun ich frage mich, ob jemand kommen wird, um mich wieder zusammenzusetzen. Genauso wurde ich wieder zusammengefügt und weg vom Feuer. Ich durfte auch einen Roboterkörper erleben und versuchen zu fliegen. Und ich endete damit, meinen Arm an einer Art elektrisch aussehenden Pfahl zu versengen. Und es tat nicht weh. Es gab keine Angst, keinen Schmerz. Ich hatte keine Angst. Es war nur Neugier. Nun, da geht mein Arm und dann sehe ich ihn mit etwas Binärcode nachwachsen. Und ich dachte, faszinierend, noch einmal kein Schmerz, keine Angst, nur reine Neugier und Freude an diesem Ort. Also verbrachte ich den Großteil meiner Erfahrung in diesem Bereich, diesem Reich und spielte einfach herum. Im Grunde genommen, so würde ich es ausdrücken. Und am Ende dieser Zeit versammelten wir uns alle an diesem Stacheldrahtzaun. Und ein Stacheldrahtzaun, ich konnte nicht darüber hinaus sehen. Es ist verschwommen, aber ich wusste, dass etwas darüber hinaus war. Und diese Wesen öffneten sich durch eine Öffnung im Zaun auf eine Landbrücke. Und sie verschwanden in die Unschärfe. Und ich wurde nicht gefragt, ob ich gehen könnte. Mir wurde keine Wahl gelassen. Ich wusste einfach, dass ich nicht mit ihnen gehen konnte. Und dann landete ich am letzten Ort meiner Erfahrung in diesem schwarzen Raum mit sieben erstaunlichen Wesen hinter mir. Also sind sie mächtiger und bedeutender als der Meisterlehrer, den ich im Weißen Raum getroffen hatte. Aber bei weitem nicht so mächtig und bedeutend wie der Schöpfer, den ich im Nichts getroffen hatte. Aber sie sind sehr mächtig, sehr wissend. Und ich sehe sie auch nicht. Ich weiß nur, dass sie hinter mir sind. Und vor mir entrollt sich diese Schriftrolle und sie schwebt irgendwie. Und darauf ist diese wunderschöne goldene Schrift. Und die Worte beginnen sich vor mir zu formen. Und bei dieser ganzen Erfahrung bin ich frei von meinem Ego. Ich bin von meinem Ego losgelöst. Und es entscheidet sich zurückzukommen und sieht auf die Schriftrolle von großer Bedeutung und sagt, du zeigst das einem Menschen. Und genau so rollte sie sich auf. Und ich wurde zurück in meinen Körper geschnappt. Und das war an sich eine ganze verrückte Situation, diesen Ort der Liebe zu verlassen. Und, wissen Sie, kein physisches Gefühl. Und dann zu spüren, wie mein Herz wieder anfängt. Einfach, es fühlte sich an, als würde es aus meiner Brust pochen. Nicht aus Adrenalin oder irgendetwas. Es war nur das tatsächliche Gefühl, meinen Herzschlag wieder zu spüren. Es war sehr intensiv.